Herzlich willkommen zu dieser Playlist. In dieser Playlist geht es darum, wie du deine Ekstase, deine Energie, deine Lebenskraft für dich kultivieren kannst. In dem Buch wird es darüber vorgestellt, es auch mit einem Partner, einer Partnerin zusammen zu erleben. Es geht aber auch für dich allein und hat schlussendlich überhaupt nichts mit Sexualität zu tun. Und dennoch ist in diesem Buch, dass das Thema es auf dieser Ebene, in der wir eben auch körperliche Alleinsliebe erfahren können, als einzige Wesen auf diesem Planeten, diese Energie in uns zu kultivieren. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du diesen Inhalt, auch losgekoppelt von diesen Gedanken über Sexualität, wie wir sie verstehen bisweilen, davon losgelöst erleben und in dich integrieren kannst und für dich kultivieren kannst. Sodass du zum ekstatischen Wesen wirst und diese ganze Intensität in jedem Moment deines So-Seins erleben kannst. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Viel Freude beim Reinhören.